So, da sind wir auch an der nächsten Aufgabe, beziehungsweise wahrscheinlich die letzte Aufgabe, nämlich Besucher aus dem Posten der 7. Zwei von drei habe ich schon besucht. Ihr müsst sie auch nicht innerhalb von einer Runde machen, ihr könnt auch jeweils einmal einfach da landen und dann habt ihr die Aufgabe auch geschafft. So, ich springte jetzt mal einfach schnell dahin. Muss jetzt der Panzer dahin? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So, ihr hört's. Vertrauen ist nicht immer verdient. Bleib auf dem sicheren Kanal, wir sind noch nicht fertig. Okay, wir müssen uns wohl weiter beweisen, aber damit haben wir die Aufgabe geschafft, jetzt müssen wir wieder an den nächsten Standort, also die Aufgabe zieht sich aber auch wie ein Kaugummi. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wenn ja, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, bei Fragen einfach ins Stream kommen oder in die Kommentare schreiben, wir werden versuchen, euch zu helfen und in dem Sinne erstmal danke für den ganzen Support und haut rein!